Servus meine lieben Freunde, zurück im Studierzimmer von Il-Professore MGP, dem Stimmakrobaten, und wir treiben die Erforschung gemeinsam weiter voran. Ich muss schauen, dass ich bei der nächsten Pause, das sage ich mir gerade selber, check, welche Festplatten ich gerade benutze, damit ich im Zweifelsfall wechseln kann. Das müsste ich eigentlich gerade jetzt auch checken können, wartet Sie mal. Ja, läuft gerade auf der Folgen, und es ist aber witzigerweise so, dass das hier kaum Speicherplatz frisst, also das hat jetzt in 4K auf einmal halb so viel wie es sonst als war, also das ist crazy. Das hat jetzt 12,6 für mich als Memo gebraucht, die Folge davon, hier ist ja schon mit Blitzen und Feuer eigentlich viel los, verstehe ich nicht. Das System kann ich da auch noch nicht verklären, wie das funktioniert, das verstehe ich einfach nicht. Und das werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen, bin kein Technikprofi, drauf geschissen, okay, wir machen hier einfach weiter. Also, da waren wir, da waren wir, sind wir da lang gelaufen, jetzt geht es da links und da ist dann dieses Viech, und dann kommen wir noch hier lang, da ist ein größeres Viech. Und da hinten ist aber noch was, dieser Pfad ist trügerisch, lasst euren Verstand nicht wandern. Ja, ich sehe schon, oh mein Gott, der hat sogar rote Augen. Oh mein Gott, ist das krass. So, jetzt pass du mal auf. Komm mal her, du Vogel. Komm her, du Vogel. So, jetzt machen wir das hier. Und durch, jawohl, sehr, sehr geil. Haben wir ihn erledigt, richtig geil. Und wegen trügerisch, wir haben es drauf. So, der ist jetzt stärker, gell? Und von da kommen sie vielleicht noch irgendwo her. Vielleicht kommen wir auch an den ran. Jawohl, sehr, sehr geil. Weg! Weg! Oh Mist, hat er mich erwischt. Scheiße! Das ist, wenn du diese Scheiß-Idioten versuchst einzusetzen und es dann einfach zu lang dauert, dass du nicht kontern kannst. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt ist der natürlich ein bisschen stärker und ich muss ihn besiegen. Sonst verliere ich diese 7000. Irgendwann so, ja gut, das würde es jetzt gewesen sein, gell? Also, glaube ich nicht, dass ich das schaffen kann. Der sieht mich doch, oder? Ja, ja, der sieht mich, wenn er da hinguckt. Jetzt sieht er mich nicht, wenn ich jetzt hier durchschleiche. Ja, das war's. Sag, na, nicht den zweiten A noch, komm. So, und das machen wir. Das hier. Na, was machst du denn? Weg, weg, heilen. Mach doch jetzt, warum geht denn das nicht? Ich wollte Blitz machen. Jawohl, das hat knapp. Jawohl, hauen wir hin, hauen wir hin, oder? Jawohl, geil. Ha, 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 Rache, erfolgreich. Du Ratte, und das sogar ohne dich zu überraschen. Sehr, sehr cool. Das gibt einem dann so richtig coole Power. Das liebe ich einfach. Wenn du irgendwas schaffst, oder eigentlich dachtest, okay, keine Chancen. Zack. Erst einmal hier hin, so. Ich werde den überraschen, der war ja leichter. Ja, ja, mach einmal. Zack. Jetzt mach doch, warum geht denn das nicht? Was brauchst du denn beim Blitz? So viel mehr? Ja, das geht. Ja, dann liegt es daran. Komm schon nach. Jetzt weg mit dir, du Wichser. Komm, zack. Zack. Komm weg. Sehr, sehr geil. So muss das laufen. Richtig Spaß macht es zur Zeit, muss ich euch sagen. Zwei, dreimal hier jetzt schon geile Sachen erlebt in den letzten drei Folgen. Ja, komm weg mit dir, du Arschloch. Zack, weg. Ja, mir doch wurscht. Griff, verzeiht. Meine Kraft ist verbraucht. Kriegen wir hin. Hilf mir dir natürlich. Was ist jetzt los? Hat es irgendwas von oben geschossen? Idioten. Da habe ich ihn natürlich jetzt übernommen. Natürlich, gell? Klar. Ja, der ist stärker, als ich gedacht habe. Natürlich. Und der von oben wirft die ganze Zeit. Egal. Wir holen uns hier diese Standarte jetzt. Ermarkierungsflagge, Entschuldigung. Zack. Kommen wir da irgendwie auf? Wo ist er? Wo kommt das Feuer her? Ah, da hättest du von da oben runterschubsen müssen. Ja, mir doch wurscht. Die machen es halt anders, gell? Geil. Viele Wege führen nach Rom, meine lieben Freunde. Und so auch zu diesem Wichser, auf den ich jetzt gerne runterspringen möchte. Ohi. Heilen. Okay. Oh Gott, wir sind hier vor dem Feuer. Ist ja krass. Krass. Habe ich zu früh, viel zu früh. Habe ich viel zu früh versucht zu kontern. Heilige Scheiße. Boah, das mit den Flammen überall ist natürlich ätzend. Und eigentlich muss ich aufräumen, weil wenn ich die nicht aufräume, dann habe ich einen riesen Theater nachher. Wohl an, ich schließe mich dem Kampf an. Hoffe ich doch, dass er das gesagt hat. Wer nicht, scheiß drauf. Uh, das ist jetzt Mist, Leute. Das ist jetzt richtig Mistig. Also kommt's. Habe keine andere Wahl. Ich konnte es nicht. Das ist ja total doof. So jetzt. Auch nicht. Wie viel brauchst du denn da? Das ist total dämlich. Okay, dann machen wir halt das. Besser als nix, ne? Yeses Gott! Komm, mach was, du Idiot. Komisch. Jawohl, sehr, sehr geil. Läuft. Ja, ziemliches Rumgekaspere hier, muss ich zugeben. Müssen wir uns den holen wieder. Zack. Oh Gott, weg. Nicht, dass der da kommt. Jawohl, rein, 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 rein. Komm, komm, rein, 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 rein. Nein! Gott, heilen! Jesus Gott, ein Schlag hat gefehlt. So was dämliches. Das nervt dann natürlich, ne? Aber der andere da, der wird ja richtig übel, hey. Komm, jetzt mach. Steh auf, du Idiot. Ich stehe in eurer Schuld. Jo, und ihr habt ja einen Idioten genannt. Was machen wir jetzt da draus? Sammeln wir das mal ein hier, he? Ja, erbeuten, komm auch. Hang 5 Stahl, sehr, sehr gut. Können wir brauchen. Hauen wir erst einen Kopf, wo wir angefangen haben. Wer weiß, was da noch passieren wird. Also, den depperten Deppen müssen wir erledigen. Den auch natürlich, aber das ist so ein Batzen, der jetzt nicht so wichtig ist. So, und jetzt, wo kommt jetzt die Flamme her? So, weg mit dem. Das haben wir schon. Und jetzt der Aufweh. Und dann machen wir eine Pause und machen das beim nächsten Mal. Den kriegen wir jetzt. Das ist ein Wichser, den wir besiegen müssen, Leute. Ganz einfach. Das ist gar keine Diskussion. Aber für heute heißt es, wie ankündigt, Pfiatri! Tschüss! 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 Tschüss!